Ich bin Stefan Dressel, Gerralshofen. Der Mann der Rückhandzeige, Uwe Werner, Gerda Braun. Zwölf, zwölf. Der Mann der Rückhandzeige, Uwe Werner, Gerralshofen. Das wäre sein Preis gewesen. Und jetzt hat Stefan Dressel den Satz bald. Und das war gleichzeitig auch der Matchball. 3-0, 3-1, 3-2, bitte? 3-1. Also, man war kurz vor einem fünften Satz. Aber das hat nicht ganz gereicht für den Uwe. Aber der spielt heute ein bärenstarkes Turnier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.